Der von den Zeitgenossen und natürlich dann auch später von den Historikern umstrittenste Habsburger ist sicherlich Josef II. Josef II., der große Aufklärer, im Gegensatz seiner Mutter war er wirklich ein sehr aufgeklärter Monarch, hat natürlich die Geister gespalten. Diejenigen, die eher konservativ-katholisch eingestellt waren, haben den Josef II. als eine Art von Teufel gesehen. Die, die für die Ideen der Aufklärung eingetreten sind, haben den Josef als eine sehr positive, helle Lichtgestalt gesehen. Also hier ist die Rezeption des Bildes Josefs II. eine sehr zwiespältige gewesen. Zweifellos hat Josef II. die Ideen der Aufklärung wirklich sehr intensiv vertreten und hat sehr intensive Anstrengungen gemacht, viele der Ideen der Aufklärung durchzusetzen. Was sein Problem war, war die Kürze der Zeit, die ihm zur Verfügung stand, weil er ja erst relativ spät zur Regierung gekommen ist. Die Marie-Therese hat ja sehr lange, für die damalige Zeit muss man nicht mehr dazu sagen, die Lebenserwartung war ja geringer, sehr lange gelebt und er kommt also dann nur zehn Jahre zur wirklichen Alleinregierung, wo er seine Reformen durchsetzen kann. Ein Teil dieser Reformen, und das ist etwas, was man mit der Modernisierung des Staates umschreiben kann, hat zu tun mit einer Zentralisierung der Verwaltung. Man hat das schon unter der Marie-Therese begonnen. Das heißt, der Staat hat seit dem 18. Jahrhundert einen erheblich besseren Zugriff auf die Untertanen. Das beginnt damit, dass es Hausnummern gibt, die eingeführt werden. Man kann also die einzelnen Häuser genau bestimmen. Man kann bestimmen mit den Volkszählungen, die es gibt, wie viele Leute in diesen Häusern wohnen. Was natürlich wichtig war, wie viele Männer dort wohnen, wie viele Rekruten etwa für die Armee dort zur Verfügung standen. Also ein besserer Zugriff auf die Menschen. Und auf der anderen Seite eben sehr, sehr stark auch die Ideen des Wohls der Untertanen. Die Wohlfahrt der Untertanen spielt eine ganz große Rolle. Man hat sich also etwa um die bäuerliche Schicht gekümmert, hat versucht, den Einfluss des Adels zurückzudrängen und den Bauern bessere Privilegien zu geben und eine Reihe von anderen Maßnahmen durchgeführt, die zum Wohle der Bevölkerung waren, obwohl die Bevölkerung dieses Wohl nicht immer im selben Sinne verstanden hat wie der Kaiser. Weil viele der Maßnahmen für das Volk zu radikal gewesen sind. Die konnten diese Ideen der Aufklärung nicht mitdenken, die von einer Oberschicht vertreten wurden und vom Kaiser vertreten wurden. Das hat sich dann besonders auf dem Gebiet der religiösen Verhältnisse gezeigt. Josef II. hat in die katholische Kirche sehr intensiv eingegriffen. Das heißt, er hat also versucht, vieles von dem, was die katholische Kirche in der Barockzeit an Frömmigkeitsformen entwickelt hat, wieder abzuschaffen. Aus Gründen, die sehr praktisch gewesen sind. Ein Grundsatz, Josef, war die Nützlichkeit. Also zum Beispiel war es so, dass in katholischen Staaten bis zu einem Drittel des Jahres Feiertage waren. Man hat jeden Apostelfeiertag gehalten, man hat so viele Marienfeiertage gehalten. Wir sind ja heute noch im Vergleich zu Norddeutschland, etwa in Österreich, privilegiert mit vielen Feiertagen, die es in anderen Ländern nicht gibt. Das waren damals noch sehr, sehr viel mehr. Und schon in der Zeit meiner Therese und dann unter Josef II. hat man diese Feiertage sehr stark reduziert. Das hat natürlich geheißen, dass die Menschen um das gleiche Geld mehr arbeiten mussten, also erheblich längere Arbeitszeiten hatten, weil eben die vielen Feiertage weggefallen sind. Und auch eine ganze Reihe von anderen Dingen haben so praktische Gründe. Etwa mehrtägige Wallfahrten werden verboten, damit eben diese Arbeitszeit nicht verloren geht. Josef II. hat also sehr, sehr intensiv eingegriffen, hat diesen Prunk der Kirchen sehr, sehr stark reduziert. Ein berühmtes Beispiel, das immer wieder zitiert wird, ist der berühmte Klapp-Sarg. Er hat gemeint, es sei also völlig sinnlos, dass da teures Holz verfault im Boden. Er hat also einen Sarg erfunden, der unten einen Deckel hat, der einfach klappt. Der Körper in einem Leinensarg eingehüllt, fällt ins Grab und der Sarg kann mehrfach verwendet werden. Das ist also etwas, was die Bevölkerung nicht sehr zu schätzen wusste. Die schöne Laich, das ist in Wien ja bis heute ein geflügeltes Wort, war wichtiger als diese Nützlichkeitsmaßnahmen des rationalen Josef, der bei seiner Bevölkerung nicht immer nur Freude erregt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017